Drehmoment und Kraft sind entscheidende Faktoren im Bereich der Industrieproduktion. Dafür entwickelt CEH Messtechnik kundenspezifische Lösungen im Bereich der Kalibriereinrichtungen und das seit fast 20 Jahren. CEH bietet ein breites Produktspektrum, auch im Sensor- und Aufnehmerbau. Innovation wird großgeschrieben bei CEH. So entstanden Kalibriereinrichtungen mit binär gestuften Massen und X-Luftlagerung. Mit reibungsfreier Kalibrierung für hochpräzise Messungen. Eine weitere bahnbrechende Entwicklung, Kalibriereinrichtungen mit Massehebelprinzip für kleinste Drehmomente ab einem Millinewtonmeter an. In der Messgröße Drehmoment geht die Spanne von 0,001 bis zu 20.000 Newtonmetern und in der Messgröße Kraft von 0,1 bis 250.000 Newton. Wir bei CEH stehen für genaueste Mess- und Kalibrierergebnisse. Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter, denn die Anforderungen der Zukunft werden immer komplexer. Unser Ziel ist es, die eingesetzten Messmittel deutlich zu verbessern. Damit gelingt es unseren Kunden, die Qualität ihrer Produkte zu optimieren. CEH fertigt maßgeschneidert nach Kundenwunsch und garantiert mit seiner Software größtmögliche Datensicherheit. Weltweit arbeiten staatliche Institute, Materialprüfanstalten, die Luftfahrt, die Automobilbranche und die Medizintechnik mit CEH zusammen. Beispielsweise stellt CEH die Messmittel für die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Insulin-Pans her. Zuverlässige Systeme für die absolut sichere Kalibrierung. Messen und Kalibrieren in Perfektion. CEH Messtechnik